Versuchter Mord. Der wurde wohl vergiftet. Von irgendeinem Mord. Der wurde hier in der Nähe gesehen. Mord von der zerschmetterten Hand. Na, soll mal hinfliegen. Und dann beginnen wir dann mal mit der Suche. Bringt mich mal zur Schattenwacht. Dankeschön. Flieger, grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den... Na, ist das ein richtiger Mond? Ich weiß es nicht. Egal. Wir fliegen weiter. Unbildbar. Spannend, wo der mit uns hinfliegt. Man kann echt hier nicht richtig wirklich durchgucken. Weil wir so eine grüne Fläche bewundern. Aber egal. Sieht toll aus. Mindestens ist die Luft hier oben besser als da unten. So. Na, hulda. Ist vorausgelaufen. Data. 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 Data.